Marie Kondo sagt, man soll sich von allem trennen, wozu man keine spontane und emotionale Beziehung hat. Macht es mich glücklich, wenn ich diesen Gegenstand in die Hand nehme? So fragt sie. Wenn ich vor meinem Kleiderschrank stehe, dann dürfte mir Marie Kondo nicht über die Schulter schauen. Sie würde wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. So viele unnütze Dinge, die sich da angehäuft haben in den letzten Jahren. Ich bekenne, ich bin ein notorischer Nicht-Wegschmeißer. Da ist zum Beispiel die alte Jacke, die mich auf einer Reise vor zehn Jahren begleitet hat. Da sind die ausgewaschenen Lieblingst-T-Shirts, die eigentlich noch schön sind, finde ich, und die doch immer noch für irgendwas taugen. Wenigstens für die Gartenarbeit. Und da sind so manche Dinge, die nur für einen einzigen Einsatz angeschafft wurden. Machen mich diese Sachen glücklich, wenn ich sie in die Hand nehme? Ich merke auf jeden Fall, wie sie mich mit irgendwelchen Situationen verbinden. Oft hängen da irgendwelche Erinnerungen dran. Sie hängen nicht direkt an diesen Dingen, aber sie verbinden mich mit ihnen. In meinem Glauben gibt es tatsächlich auch solche Situationen wie da vorm Kleiderschrank. Da fühle ich mich an ganz alte Glaubenssachen erinnert. Jacken, die mal gepasst haben. T-Shirts, die mal schön waren. Hosen, die mal heil waren. Ja, das gibt es auch bei mir im Kleiderschrank. Ein paar Hosen, die nicht mehr so richtig heil sind. Glaubensüberzeugungen, die mir mal was Positives vermittelt haben. Oder Glaubensformen, Ausdrucksformen, die ich mal schön fand. Und irgendwelche Argumentationsketten, die mal heil waren. Aber wo ich jetzt einige Brüche empfinde. Manches davon taugt einfach nicht mehr. Und wenn man manches ganz genau besieht, dann kann man es einfach nur noch wegtun. Dann kann man es nicht mal mehr für die Gartenarbeit benutzen. Aber es liegt da. Tag für Tag, Jahr für Jahr in meinem Glaubenskleiderschrank. Und es erinnert mich tatsächlich. In dem Moment, wo ich es angucke, erinnert es mich an Abschiede und an Neuanfänge, an Unterbrechungen und an Brücken. Was das für Dinge im Glauben sind, das frage ich mich tatsächlich immer wieder. Eigentlich merke ich, konzentriert sich das alles in meiner Vorstellung von Gott. Wie stelle ich mir Gott vor? Welches Bild habe ich von Gott? Und was hängt da in meinem Glaubenskleiderschrank? Welches Bild von Gott? Soll ich mir eigentlich nicht machen, sagt die Bibel. Aber ich mache es trotzdem, weil ich bildlos nicht leben kann. Und ich habe mir schon so viele Bilder von Gott gemacht. Aber da bin ich schon bei der Schwierigkeit. So viele Bilder, aber nur ein Gott. Welches ist denn richtig? Ich komme da selbst manchmal ein bisschen durcheinander, merke ich, ich glaube, ich muss ein bisschen aussortieren. Vielleicht ganz so, wie Mary Kondo das vorschlägt. Was verbindet mich denn? Das heißt dann auch, ich muss nochmal genauer ansehen, nochmal hernehmen, gucken, was ist das denn eigentlich nochmal? Welche Bedeutung hatte es für mich? Leichter getan als, nee, leichter gesagt als getan, finde ich. Und wie bei meinem Kleiderschrank stehe ich davor und merke, dass eben manche Erinnerungen daran hängen. Und wenn ich es in die Hand nehme, dann bin ich wieder bei diesen Erinnerungen. Nicht, dass das immer die besten Erinnerungen sind, aber es sind meine Erinnerungen und es sind meine Bilder, es ist mein Lebensweg. Und so betrachte ich eins nach dem anderen und etwas unvermittelt stehe ich vor der Frage, was sehe ich denn da eigentlich? Gott oder mein Bild von Gott? Was genau betrachte ich denn da? Und welche Auswirkungen hat dieses Unterscheiden auf mein Sortieren? Gott oder nur mein Bild von Gott? In der hintersten Ecke entdecke ich etwas Befremdliches. Und ich frage mich, wie konnte das eigentlich in meinen Kleiderschrank von den Gottesbildern kommen? Weder schön, finde ich, in dem Moment noch passend. Und doch hängt es da. Ich nenne es mal das Fußballspieler- oder Regenmacher-Gottesbild. Ich erinnere mich, Gott könnte irgendwie ausgelöst durch meine Gebete wirksam werden und das zu meinem Vorteil. Zum Beispiel, wenn ich um Regen bitte, dann könnte er Regen schicken, weil ich es gerade möchte. Oder wenn ich um schönes Wetter bitte, dann könnte er das Gegenteil tun. Oder im Fußball um den Sieg bitten und so weiter. Vielleicht kennt ihr das sogar aus dem Fernsehen. Das tun manchmal Leute. Und ich merke, wie ich spontan befremdet bin davon. Aber es gehörte zu mir. Und ich gucke weiter und finde noch ein paar andere. Zum Beispiel ein Heilungsgottesbild. Und noch ein bisschen weiter. Da fällt mir plötzlich was in die Hände, wovon ich tatsächlich nicht dachte, dass ich es hätte. Das Männergottesbild. Die Vorstellung, dass Gott irgendwie Männern ähnlicher ist als allen anderen Wesen auf dieser Welt. Ich betrachte es ein bisschen. Und allmählich fallen mir immer mehr Situationen ein, in denen es eine Rolle gespielt hat. Und bei mir stellen sich ganz verschiedene Gefühle ein. Tatsächlich gehört dazu Verunsicherung und Scham. Wie oft habe ich über Gott als er gesprochen und damit auch irgendwie männliche Eigenschaften verbunden. Selbst wenn ich das gar nicht wollte oder das gar nicht so sagen wollte. Ich stehe vor meinem Kleiderschrank und halte ein bisschen inne. Was mache ich hier eigentlich? Ich durchwühle die alten Sachen, finde lauter Dinge, bei denen sich zwiespältige Gefühle einstellen. Gottesbilder, von denen ich eigentlich gerade gar keinen Gebrauch mache oder ich meine zumindest, dass ich gar keinen Gebrauch davon mache. Und ich erlebe mich als Gotteskleinmacher, als jemand, der Gott auf diese Bilder reduziert. Meine Bilder machen ihn klein und sperren ihn ein. Der Fußballspieler-Gott, der Regenmacher-Gott, der Männergott. Aber welches Bild wäre denn eigentlich passend, frage ich mich? Gott und Gottes Bild, das sind jedenfalls zwei sehr unterschiedliche Dinge. Das merke ich in dem Moment und das merke ich immer wieder. Das entlastet meine Entrümpelungsaktion ein wenig. Ich muss gar nicht in meinem Kleiderschrank Gott selbst finden. Genau genommen kann ich Gott dort gar nicht finden. Gott ist da gar nicht. Da hängen nur meine Gottesbilder. Ein bisschen beklommen wende ich mich ab von meinem Kleiderschrank, denke nach und dabei kommt mir das alte lateinische Wort Transzendenz in den Sinn. Das heißt so viel wie übersteigen. Und das meint die Einsicht, dass Gott alles übersteigt, was ich denken kann, was wir alle denken können. Alles, was wir erfahren können. Gott ist immer mehr. Er übersteigt alles Menschliche. Unsere Worte reichen nicht aus, unsere Gedanken reichen nicht aus. Wir können alles zusammensammeln, was wir haben. Es reicht nicht, um Gott zu beschreiben. Gott ist transzendent. Also kein Bild von ihm. Aber wie kann ich dann von Gott reden? Ich möchte von Gott reden. Schon in der Bibel gibt es diesen Zwiespalt. Kein Bild von Gott und doch von Gott reden. Und jeder Titel, jede Bezeichnung. Ja, das war immer schon ein Bild. Der Herrscher, der Schöpfer. Merkt ihr es? Da ist es wieder. Das Männergottesbild. Soll ich sagen, vielleicht die Herrscherin, die Schöpferin, Mutter und Vater. Und ich merke, wie dieser sprachliche Trick mich sensibilisiert, aber doch irgendwie noch gar nicht ganz ausreicht. Kein Bild von Gott ist Gott selbst. Vielleicht gibt es da eigentliche Bezeichnungen, die schon ganz viele Menschen verwendet haben. Und trotzdem ist es nicht Gott selbst. Transzendenz macht mir Gott fremd. Auf einmal ist Gott weit weg. Meine Aufräumaktion sollte eigentlich nur so ein bisschen Platz schaffen. Und inzwischen frage ich mich, mit wie viel religiösem Minimalismus komme ich eigentlich aus? Wie viel muss es denn sein? Die alte Schöpfungsgeschichte kommt mir in den Sinn. Und da heißt es, dass Gott sich den Menschen gleich machen wollte, beziehungsweise dass er Menschen schaffen wollte, die ihm gleich sind. Das bringt mich auf Bilder. Es entstehen vor meinem inneren Auge Bilder. Bilder von Menschen, die ich kenne. Bilder von Menschen, die ich auch gar nicht so gut kenne. Mein kleiner Cousin, der lange mit einer Behinderung gelebt hat und mit 13 Jahren gestorben ist, der ist dabei. Noch mehr Gesichter. Und immer noch mehr Gesichter. Und ich merke, da liegt ja ganz viel drin. Das ist ja gar kein Minimalismus, das ist ja Opulenz, das ist Verschwendung. Es dauert nicht lange und diese Vielfalt überfordert mich schier. Eben dachte ich noch, ich müsste mich ganz bescheiden. Und jetzt ist da auf einmal so viel. Wie naiv ich war. Mein Kleiderschrank als Metapher für meine Gottesbilder zu wählen und für meine Vorstellung von Gott? Wie kleingläubig ich war, zu befürchten, dass Gott sich in Wohlgefallen auflöst, wenn da nichts mehr drin hängt. Wenn ich wieder mal nach Gottesbildern suche, dann will ich mich nicht vor meinen Kleiderschrank stellen. Dann gehe ich lieber an einen belebten Platz, beobachte Menschen, in den Supermarkt vielleicht. Oder zu einer Party.